Der Pute ist halt eh nicht. Ja. Du hast jetzt schon wieder irgendwas falsch eingestellt? Dann hast du lachen. So. Moin. Ich geh mal da lang. Ich geh mal da lang. Und da lang. Und da lang. Ich geh nicht dran. Jungli. Und da lang. 3. Main Hall. Was? Ist da einer? Ich geh mal da nicht lang. Der ist einer, ja. Ich bleib jetzt einfach mal die Leute da hängen, weil der... Ich? Ich hab dich gesehen, ich hab dich gesehen. Ich hab ihn, ich hab ihn. Jetzt komm. Ja, der ist... Ja, der ist so unconscious. Ja, mach das Ziel. Ah, da ist einer. Ich hab ihn weg. Aua! Ja, guck mich. Na, Alter. Jetzt bin ich zu Toni gefallen. Nee, jetzt tu aber. Ich glaub ich war ruhig. Ich hab dich gesehen. Du musst den Schein ja verkigeln. Sagst du mich, dass du kigeln gehst? Was? Pass auf, jetzt ist das Teil los. Was? Jetzt? Was ist das so mit? Achso. Der war nice, ja. Der war nice. Sorry. Ah, jetzt bin ich ja schrub. Den direkt muss ich immer merken. Was? Auf die Kamera schießt und sich dann entschlanken lassen. Merkt mich nach Arsch. Alter, ich hab einen Kühlschäf. Was? Das war wohl nicht das Spiel. Ah, verdammt. Genau. Wo muss ich da aus? Ich bin ja, da weiß ich nicht. Ja, jetzt haben wir mal was. Ah, verdammt. Wo muss ich da aus? Ich bin ja, da weiß ich nicht. Ja, jetzt haben wir mal was. Ich bin ja. Ah, ich bin ja. Ich bin ja. Und wir haben noch nicht ausgelegt. Und da kommen ja Haupthalle. Oh, die werden jetzt nicht bei dir vorab. Ich traue doch schon wieder. Da geht's ein paar Gäner an. Ja. Ja, wo du jetzt hingehst, ne, da müssen wir die Tür. Ja, aber gut, das ist gut. Ja, wir haben auch Köln einschmeißen, aber... Ach, sag mal, Köln, Eure Karl. So haben wir schon gedacht, ey. Was ist jetzt bei mir los? Ja, so, da war noch eine Kamera, ich komm mit. Ja, wir gehen relativ früh Bescheid, wenn jemand kommt. Das ist aus der Richtung. Mach schon mal auf. Wir machen auch. Ja, ausschließend mit dem Täter. Ist die Schmiere. Also wenn jemand kommt, gibt's die Füße, die Kameraden auch Bescheid. Ja, wir haben bloß langsam gehört, nein. Das habe ich schon gemacht, ey. Die Tür darf ich den beiden zu. Was, bloß, ja, über den Dämpferschrank. Was machen wir da, die? Ja, die andere auch. Warte mal, ich könnte aber die Bocke auch machen. Das ist ja selbst, wenn man da auch immer kommt. Zubutan häcklich. Zubutan häcklich, der da hinten versteckt. Die Täter. Gibt es Baggerraum, der da irgendwas runter ist? Ja doch, das ist ein Ort hinzieht. Okay. Lass mir bitte kein Alarm mehr aus. Das kann ich nicht merken. Bist du im Explodieren oder? Nee. Gibt es sogar noch eins? Ja, klar. Super jetzt. Aha. Machst du weiter. Machst du warten, dass er damit gibt? Kommt da an. Nee, nicht so. Ich will die wohl schon nicht erledigt sein. Ich weiß ja, wir wollen schon gar nicht mehr. Ich möchte mal nicht gerade den abnehmen. Aber er versagt, er fangst ja gut hin. Boah. Dann mal da her. Lotsen. Hallo? Oh, sieht man so? Gut schafft man so. Gut schafft man so. Gut schafft man so. Gut schafft man so muss. So, jetzt können wir sonst nur spülen. Ja, super du gehst. Wie gut gehst. Wie würdest du gehen? So, das geht jetzt an den Spur.